Hallo und herzlich willkommen zu Skrippel mit mir, weil der Ebener hat sich immer zuerst und ich kann das nicht. Mit dabei sind Josch und ich wollte dir nicht in den Abbot reinkatschen, das tut mir leid. Ich habe gerade gemacht, du machst noch eine längere Pause, da kann ich noch reinkatschen. Josch, mach mal einen Punkt, die Anna wollte sich auch vorstellen. Nee, sehe ich nicht. Und Luisa? Hallo. Nein, Platty. Und der James? Platty. Ja, hallo. Und der Julian? Herr O'Neill. Und da der Mofi sich schon genannt hat, wäre das ja nicht noch. Aber da steht Platty. Ja, das ist der Mofi. Platty, Herr O'Neill. Sei froh, dass ich nicht Platty sage. Ach nein, du heißt Möfi. Wobei, Platty, kommst du wieder am Platty-Postik. So, Wollen wir dann starten? Ich brauche nicht auf Start drücken. So, jetzt. Round One. Josch ist Schusenge-Wird. Fuck, ich kann das nicht. Ich glaube, was so lustig ist. Ich könnte, dass das nur einer macht. Aber das ist irgendwie auch blöd. Da muss ich das halt klassisch malen. Ah, geht so nicht. Nein. So. Ja, du musst da nur schreiben. Du brauchst da nicht... Ich hätte da gerne was anderes gemalt. Aber das ist halt... Ja, ich hätte da jetzt irgendwie gerne jemanden, aber... Mann! Ja, ja. Ich fand, der Begriff hat mich hart getriggert, aber ich kann halt Leute nicht malen. Du hättest gerne Jay gemalt. Du hättest einfach Gesicht mit Riesenohren machen müssen und wenigen. Dann. So. So, Platti ist Schusenge-Wird. Hörst du jetzt auf, Herr Oneil? Ach so, ich wollte die Musik anmachen. Warte mal. Gerade von den Dingsys hätte es geklappt. Tatsächlich mit Planke. Von den Buchstaben. Ah. Ah. Warum hat es bei dir so gemacht? Ah, okay. Weil du das richtige Wort hattest. Weißt du, ich hab halt bei mir auf Inter gedrückt und es hat bei meinem Band gemacht. Da hab ich gedacht, ist... Dann war jetzt mit Stülf. Was ist das bei dir gemacht? Jos, ich bin super Adler. Ein Adler. Alter. Adler hab ich nur bei dem Kopf geschrieben. Es ist Kackmod. Hab gedacht, die Leute hier sind so super. Super. Ach so, weil das ist ein kurzes Wort. Ah, cool. Ah, easy. Äh. Hä? Julian, high five. WTF? Äh. Ich geb dafür jetzt mal einen Daumen nach oben. Hä? Ich geb dafür auch mal einen Daumen nach oben. Das war schon gut gezeichnet, Mofi. Hä? Wir befinden uns hier und wir wollen das da. Äh. Auch wenn du ganz, ganz, ganz viel Geld haben möchtest. Ah. Ah. Bitches. Danke, Julian. Ah. Weißt du, da seh ich mich wieder. Bei Geld, da bin ich wieder am Start. Der Schwach. Aber dass der bei Moor nicht gesagt hat, Moor ist close. Ich weiß nicht, wo Moos bei euch wächst, aber bei mir wächst das an Bäumen. Moor müsste close sein. Ja, aber auch an Steinen. Moor ist close, theoretisch. Ich muss das so zeichnen. Warte mal, wie kann ich das denn? Das war vielleicht jetzt nicht so. Scheinbar nicht. Ähm. Flanke. Ähm. Ich muss das so zeichnen. Deine Mutter muss das so zeichnen. Ähm. Ah. Ah. Oh. Was? Ich komme da gar nicht drauf klar. Also, also, Josch, es ist. Es sieht in der Realität nicht so aus, wie er es gemalt hat. Aber es kommt schon ran. Denk mal an Silvester. Wo wartet ihr denn Silvester? An Silvester Stallone. Nein. Nicht an dem. Keine Ahnung. Feuerwerk. Äh. Hallo? Das gibt auch wohl noch andere Arten von Raketen, James. Ich wollte es jetzt so machen, dass Josch auch draufkommt. Ja. Oh, Niall ist schübersinnig geworden. Da hat er ein A eingetragen, aber dann hat er Toll ausgeplimpernt. What is O'Neill drawing? Plank. Oh, guck mal. Achso, scheiße. Ich muss da tippen. Mist, das ist gar kein Video, wo man einfach dazugucken kann. Ah. Es ist interaktiv. Verdammt. Diese Menschen können mit mir interagieren. Nein, ich hasse Menschen. Hm. Äh. Was ist das? James, warum malst du so langsam? Weil ich mir Mühe gebe. Ist der Server wieder langsam? Es gab ja tatsächlich mal eine Zeit lang, wo der... Äh. Schick sieht's aus. Das bezieht sich da, da rauf. Anderenfalls gäbe es natürlich auch noch so... So, Leute, so. Hä? Have it. Nee, raff ich nicht. Lauch ist es... Nee, so. Ah. In English you would call it a genie. Nee, also sorry, Adjektive finde ich schon. Also, Adjektive... Du bist da draufgekommen. Meine Güte. Was willst du denn? Tja. Adjektive, schmattektive, sag ich da immer. Hätte auch eine Garnele oder Verteidigen malen können. Eine Garnele? What the fuck? Oh shit. Ja, Highscore malen. Easy game. Nee, das mach ich mal nicht. What the fuck? Wer kann denn bitte Highscore malen? Ach du Scheiße, doch so ein kurzes Wort. Ja, ein Flipperautomaten malen und dann... Boah, ey, das sieht viel besser aus, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Boah. Ja? Ah, ich bin richtig... Ah, ja, richtig hier der Drawmaster. Keine Ahnung. Zahir einfügen. So, das ist aber... Ah, die Musik passt gerade voll gut. Ähm... Ich hab doch Hängematte geschrieben. Nein. Ah, ich muss das wieder zurückziehen. Ich hab Hängematte Hawaii geschrieben. Ich hatte es als erster. Hängematte Hawaii. Oh nein. Ich hatte erst Hawaii und hab das nicht rausgelöscht. Nein, ich hätte das als erster... Hängematte Hawaii. Hä, wie kannst du... Du hast doch aber Hängematte zuerst geschrieben. Ja, aber Hawaii direkt hinter... Also ich hatte erst Hawaii, dann hab ich irgendwie Steuerung A gedrückt und dann aber auf die linke Maust... äh, linke Falttaste gekommen. Und dann hab ich das nicht rausgelöscht, sondern nur davor geschrieben. Das war nicht... Nicht schön, ich war nicht schön. Äh... Was ist das? Was ist das? Wo kommt das her? Wohin kann ich es wieder zurückschicken? Äh, ah! Riech? Ah! Hä? Es ist bestimmt wieder irgendein Schaum. Was? Fuck, ist es das denn jetzt wirklich? Wenn nicht, hätte ich echt ein Problem. Wie schreibe ich das? Ja, wie schreibe ich das? Nicht schaum, ist es auch nicht? Wie schreibe ich das? Wie schreibe ich das? Äh... Aber dann müsste es heißen, mal close, oder? Ach, Mann, jetzt krieg ich die Punkte nicht, oder? Aber danke schön, lieber James. Ich dachte, ich krieg die Punkte nicht, ey. Hä? Dabei war das so schön gemalt. Das C hat mir geholfen. Ja, genau, das hab ich heute auch geholfen, ich war auch kaum noch im Zählen. Kapu! Nicht mit 2, 2. Mit Doppel-C! Ja, aber mit C-H war es close. Ha, das war nicht close. Und dann hab ich mir überlegt, was könnte man anders schreiben, und dann ist mir 2-C eingefallen. Scheiße. Scheiße. Klöße. Ich trinke erst mal. Das sieht aus, wie das von gerade eben, ehrlich gesagt. Äh. Hä? Hä? Äh. Das ist nur alles. Wie die Dinger in Cities Skylines, die ich da schon mal aus Versehen abgerissen hab. Fertig. Ah, das ist ja nicht wichtig. Easy. Das ist wichtig. Hä? Ja. Habit. Hä? Na klar. Nee. Ich hab mich jetzt gefragt, was das Meta-Master rechts unten sein soll. Ah. Warum? Hä? Warum, wie kann man denn, vor allem, was soll das da unten links eigentlich? Bäume. Ah. Um, so ein Etablissement sind Bäume. Das Etablissement, ja. Ja, da muss da ein bisschen Gestaltung rein. Das McDonalds. Und das ist ein Pratenplatz rechts unten. Und das ist ein Pratenplatz rechts unten. Das ist schon... Ich dachte mir, warum schreibt der jetzt Joe und vergisst beim E einen Strich? Was? Hab wo was geschrieben? Ja, man merkt eigentlich, meine Drive-Skills sind voll kacke. Ja, voll. Ja, voll. Sieht man bei mir auf dem Kanal, das ist voll Schmutz. Schmutz. Achso, ich müsste noch die, äh... Ja, Lampe. Aha. Wie heißen die Dinger nur? Ah. Ah. Hä? Die Intention. Ja. Ich bin voll... Alter, Flut. Das war eine Flutwelle. Alter. Ich hab das schon verstanden. Darum war ich ja gerade am Überlegen, ich hab's erkannt und dann hab ich mir gedacht, wie nennt man das noch? Ich hab mal zuerst einen Begriff im Bauchletzter. Natürlich! Äh... Was? Äh... Denkt euch das mal rund. So viele... So viele... So viele... Dingens hier, Buchstaben kann ich gar nicht tippen. Was? Hä? Hm. Naja, das ist nicht... Aber weißt du, das Ding ist auch so assi und schlägt einem noch keine Buchstaben vor. Da find ich schon garstig. Hm. Ja, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hä? Hä? Hat er denn nicht prozentual von der Wortlänge Buchstaben irgendwie? Weil... Rotes Auto ist es wahrscheinlich nicht. Hä? Oh mein, dann haben wir uns ja davon hier hinten noch so... Hä? Hä? Feuerwehrvorarbeiter. Fürs Radio. Fürs Radio? Hä? Hä? Hello, hello, turn the radio on. Die Farbe ist übrigens nicht relevant. Aha, schön. Äh... Hätte auch... Hätte auch... Gelb machen können oder... Oder blau... Ne. Oder orange. Personenkraftwagen. Heiler. Ja klar. Das Wort existiert... Also... Wortschatzmäßig ist... Ja gut. Vor allem mit den gegebenen Wörtern. Existiert auch nur... Äh... WTF. Vor allem Erlkönig. Ja, du bist... Pscht. 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 So. So, das probier ich das mal. Ja. Jaaaa! Geil. Das hat man nicht das ganze Ding angemalt. Ich bin glücklich. Nur 3D malen kann ich? Ahhh. Juhh, juhh, juhh nicht. als ob ja gut ach, dass man die hoch und runter klappt nee, ich war da nicht zum klappen gedacht so sieht das aus einfach nur schlecht gemalt ich kann 3D mal stellst du 2D-Decoy welches Körper haben die Dinger denn bei euch es kommt drauf an, was da drauf liegt ach, komm ja, das dachte ich mir dann auch das sagt man hier im Süden nicht, ich weiß Bürgersteig das heißt das bei uns oder keine Ahnung ja, es ist der Gehweg, oder? das blöde Ding heißt Gehweg ja, moi es verdammt schon dein Fuß auf dem Gehweg okay so, damit gebe ich euch schon mal einen Tipp ah hmmm bei vielleicht 5 nur da ist der Shit oh ja easy blam blam easy game aber ja, der Hinweis ist zweideutig aber ich finde ihn gut ich habe überlegt, ob das von der Wortlänge hinkommt ich hatte das Wort schon mal im Kopf hmm war das nicht gut gemalt ja Stiffel Stiffel da fehlt aber Sardinien ja, ich wusste nicht genau, wo das genau hin muss links oben ja, und Konservien fehlt auch ja, ich habe ja nur den Stiffel gemalt ja, ich habe ja Zeit ja, es ist wieder irgendwas wahrscheinlich wahrscheinlich das hier ne, schade der guckt voll creepy wenn du einfach nur mal die zwei Sterne mit dem Mond nimmst ja, warte bisschen, bisschen dicker äh hat mit P hab ich ah ab, ab mit bisschen dicker wusste ich Bescheid ja weißt du, nur weil ich mich vertippt habe, ey oh das Teleoskop das Teleoskop oh Gott, wie soll ich das denn äh los ich möchte auch Highscore malen, Julian hier, da finde ich gut äh äh ich kann auch voll gut 3D malen das ist 3D cool ich will nur kannst auch 3D malen, oder? achso, warte mal wie mache ich das denn jetzt hier so so gut ist das 3D das ist nicht 3D das ist aber richtig 3D das ist 3D das hält halt nicht mal was ein was ich hä? ne ne, das ist zu lang per Rücke äh oh das darf niemand sehen hier das muss ich sofort raus was? das darf niemand sehen hier, das muss ich sofort rauslöschen was? der Julian hat's gesehen was? das finde ich nicht gut ich hab' ich hab' das erst ich hab' das erst Thron, also T-R-O-H-N geschrieben und dachte mir so hä, aber das stimmt doch aber das stimmt noch vor allem Luisa, mir ist dein Rechtschreibfehler nicht aufgefallen und deswegen hab ich in eine ganz andere Richtung gesagt sorry, ich kann nicht mal nee, es hat gar nicht aufgefallen es war super, Julian das hast du voll gut gemalt naja ich dachte, wenn's ein Stuhl nicht ist und der gelb ist, dann das sollte so gülden sein, weißt das ist so ein golden habt ihr im Kindergarten oder so auch so ein Buch angefertigt mit dem kleinen Quadrat nee, ich kenne das eher nur drei wo man so ein Quadrat hatte und das konnte man in ganz verschiedenen, ähm, Dingern falten oh, er ist Premium gezeichnet, du Mofi was? ähm, du warst als kleines Kind schon voll der Künstler fertig Luisa ist voll die Stalkerin ich möchte dich mal klar anmerken hier naja, also so kreativ war ich nicht, das musste ja jeder machen ja, aber Mofi der Künstler ich würde mich auch nicht als Künstler bezeichnen also BK war jetzt nicht so geil ja, aber der Titel war allein schon wie halt alle einfach so richtig verschlüsselt über Sachen reden das sieht aus wie ein Klo ich hab gesagt, BK war nicht so geil ja, aber ich weiß halt, was Luisa meint und sie redet voll so ich frag mich manchmal, was dieser Typ da macht wie funktioniert das technisch? ist das? das frag ich mich grad auch so, jetzt sieht man noch, was das ist, oder? oder kann man da noch so das ist ja egal ja, ich seh schon, was du da gemalt hast danke du siehst das, die anderen so was willst du das, Mami? aber aber Alter 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 als ob ah spielst du mich verarscht das dachte ich mir gerade auch das Setting ist wichtig, Mensch ja, das hab ich mir vorhin beim Stadion und den Bäumen auch gesagt ich kann bei den Bäumen einfach auch ruhig sein weil ich hab bei meiner Hängematte auch die Sonne gemalt und sowas richtig irrelevant ich guck tatsächlich weniger auf den Chat, als ich manchmal sollte James, das heißt renn renn du elendös rennviech what the fuck der schieb oh äh, okay jetzt äh, ja jetzt 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 trifft es aber ab ganz schön, muss ich sagen ist das what the fuck was ist mit der Hand passiert ja, die ist ein bisschen kribbelig also im Tischtennis wär man da bester Spieler EU-West mit der eigenen Hand äh äh ach, für Hilfe ach, für Hilfe warte, äh, in klein ah alter, als nein rechte Hand wollte ich noch eine Banane reinmalen Mensch warum hat das so eine verkrüppelte Hand die ist nicht verkrüppelt da wollte ich eine Banane reinmalen so als ob der die Banane in der Hand hat ist das der Oberbabu von der Herde der gibt dann immer einen verteilenden Schelle einfach da kommt noch eine Banane rein da kommt noch eine Banane so sieht es immer aus wenn ich anfange irgendwas zu zitieren ja sowas kriege ich immer von Mofi zum Beispiel auch meinen Kanal ja, genau so einen Schwachsinn kriegst du immer äh das ist gar nicht Schwachsinn ihr merkt, ich kann das äh ich mach jetzt den Josh übrigens, gell ach so, aber ich wollte doch gar nicht tippen ja, aber Mofi, wir haben 10 Minuten wir brauchen nicht mehr Strecken ich wollte es nur mal angemerkt haben guck mal hier da, echt nee oh hä ach nee, halt ja, aber Laternen haben wir doch schon geschrieben ähm, ja, pass auf das Wichtige kommt ja eigentlich noch von ganz gut es tut mir leid ich wollte dich nicht wecken keiner, sorry Nischenhumor Classcast Exception jetzt haben wir den Mofi gespoilert ich habe die ETS-Aufnahme noch nicht gesehen äh okay vor allem gelbe Rübe als Wort finde ich immer ganz lustig kennen ihr das, Leute, die immer gelbe Rübe gesagt haben gelbe Rübe ja also ich habe mir auch vorgestellt, wie man das mal von einem Wort schreibt ja, aber das hat meine Oma immer gesagt gelbe Rübe genauso wie Kennerschule zum Kindergarten aber es gibt halt auch wirklich gelbe Karotten und gelbe Rübe ja, aber gibt es denn noch gelbes eine gegessen mit vier Buchstaben James hat rausgefunden der hat es aber schlecht gemalt das ist nicht schlecht gemalt doch nee oder das ist nicht schlecht gemalt doch das ist keine gelbe Rübe das ist nicht schlecht gemalt warum ist das schlecht gemalt das ist keine gelbe Rübe warum ist das schlecht gemalt, James? begründe es weil es nicht so aussieht, wie das, was da steht und ich nur wegen diesem Kack-Buchstaben drauf gekommen bin Julian, du hättest noch außenrum was Grünes drumherum malen müssen nee nicht wenn du das frisst deine Mutter ich hab Fretchen, ist das in der Dose nee du kannst das auch vom Kolben nagen was ob da hat man doch so aber da hat doch nichts mehr Grünes wir machen mal so Basic-Biologie mit Julian und Josh ey, ich hab voll Bio abgewählt, yo das ist ein bisschen schlecht abschneidest an dem Stamm, ja Hydrochondrien sind die Kraftwerke der Zelle ja, wenn man schlecht abschneidet, muss man dran also, ich hab Bio-LK ey, Bio ich hatte Bio zwar nur zweistündig Bio, schmio, sag ich da immer nein, ja, nur weil ich Chemie abgewählt hab, gell? Alter, dafür bin ich böse Chemie hat ja auch zweistündig ich hab Physik abgewählt ich hab Chemie abgewählt nee, Physik wollte ich eigentlich fünfstündig machen aber das ging nicht warte, fünftündig? was ist diese Zahl? ich kenne nur zwei und vier äh achso, nee, da ist die Zahl äh mhm hä, what the fuck was? ja, vor allem mit den Buchstaben die Arme sind Macker das ist ein sehr kaputter Arm, du ist egal äh 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 ne okay, einfach nicht, haben wir es auch schon alle fünfmal geschrieben, okay ja äh, hä ich schreib's einfach nochmal hau nicht, ich hab gedacht, er macht jetzt irgendwie den, äh 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 was ist das? verbrecher verbrecher oh nö ja, okay, aber das Wort ist so, so ich nenn's mal ungeläufig verbrecher was alter, als ob ja, genau also ich find verbrecher jetzt nicht ungeläufig, muss ich sagen ja, aber ich mein auch nicht ja, aber das ist irgendwie so verbrecher Josh, wie nennst du Leute, die dir zu viel Geld abziehen für die gewissen Artikel äh real ach so scheiße was, bitte was, Mofi? das hab ich vorhin gegessen ja, hey, das ist doch voll, voll legit ja, das hab ich vorhin gegessen hey, das ist doch voll okay ja, komm, die Farbe ist ein bisschen alt, oder? ja, ich hab hier nicht so viel willst du das? guck mal, guck mal da, herzlichen Glückwunsch ja, okay, sorry natürlich ich hab nichts gesagt natürlich kennt, kennt jeder der hat das wahrscheinlich nicht mal im Entferntesten gehört und er mag's nicht mal hey, das ist voll gut das ist voll der kleine Mini-Rettich am Stüsel ah, das ist voll geiles voll geiles daran hab ich vorhin auch gedacht ich war in der Hips-Dinjo unterwegs ja, die Farbe ist, ist halt begrenzt ich bin halt nicht okay bei diesen sind aber eher rot ja, ich hätt das hellrot ja, aber das hellrot war eher wie ein Apfel fällt mir trotzdem also das hier passt schon eher in die Richtung warte mal ich bin grad ein Nokia von den Punkten her oh shit okay ich muss mich echt dazu halten damit das noch was wird ja genau, halte das mal zu von deinem Bildschirm einfach deine Hand davor umfang von einem Kreis gut, aber wenn du gesagt meint, das dauert noch weiter dann kann ich mich jetzt zurücklehnen dann kann ich mal hier die Flasche da aufschrauben müsstet ihr kennen müsstet ihr alle schon mal gesehen haben ja hä? hab ich schon gesehen shit ooooh egal was grün ist ist nicht schlimm jetzt bin ich halt egal ah ist nicht nur grün ist grün-weiß ne btf alter ich hab gelb genommen ah ne denk an google doch josh alter ich hab's voll verkackt was hab ich denn geschrieben ach komo warum ist chrome bitte ein Begriff ja chrome wie verchroms wobei chrome schreibt man anders ja ja ne chrome schreibt man anders schreibt man mit e also chrome schreibt man hier so das material josh doch pass auf man das also du kennst nur mit e achso ne es ist zu lang äh hä 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 hm vor allem mit drei buchstaben wat wat ist das ja ich weiß was das ist aber mit 3 buchstaben ha 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 ok es ist echt ich hab das aus spaß da eingetippt und dann stimmt das auch noch hä das ist halt der witz es ist kein richtiges wort ja josh wir hatten es noch von chemie chemie bitte ich bin ich bin keine ahnung chemie mit s c a ich bin keine ahnung ich hab keine ahnung fast co2 oh nö ja als warum s2o was kommt denn das schwefeloxid raus ne schwefeldioxid ne s o s o 2 s was ist denn s schwefeldioxid ist s o 2 die oxid wegen oxid ist die und nicht das wäre schwefel das ist die schwefeloxid genau die schwefeloxid ja danke die schwefelmonoxid bitte so ah was ist das nö als ob ja ok ist schon sehr ok ja gut ja ist ok ich dachte erst wer hat da einen verkrüppelten sparten gemalt sparen 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 wäre es gewesen ne wahrscheinlich nicht sparen 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 ist egal ich bin zweiter geworden kritisch immerhin erster sparen 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 sparen